Armbrust gegen ein Hai ist auch geil, warte, biegen wir mal. Ah, Waffen, Schuss, nee, wo sind das, entfernt. Geil, das ist keine Schusswaffe, das ist eine entfernt Waffe. Ich war glücklich, dass ich die Armbrust wieder heils und nach Hause bringe, ey. Armbrust, da ist sie. Da war der Hai. Ein abartiger Perlentaurer. Jetzt mal auf, jetzt. Action checksen, Pfeile mit holen. 64 Pfeile dürfen hier reißen, da oben unser Wolf. Soll ich mal den Wolf auch noch mit holen? Lol, im Wasser? Nee, mach ich nicht. Nee. Ich hoffe, der Hai ist das Größte, was da unten schwimmt, ey. Jetzt sehe ich die Perlenwelt nicht mehr, ah, da... Lass dich nicht töten. Ja, ich gebe mir Mühe. Auge zu und durch! Lol. Habe ich keine Spitzhacke dabei, ey, ich Arschloch. Da ist der Hai schon. Ich glaube, ich habe mich getroffen. Das sind zwei Haier. Oh, ich habe den Delfin angeschossen, ich Idiot. Ach, den Hai. Ja, ist Chiosaurier, Level 63 getötet. Was ist das? Oh, du hast einen Delfin, du hast einen Delfin getötet. Oh. Ich sehe auf den Hai. Den nicht mehr. Er ist bei mir. Der ist weggeschwommen. Ah, der kommt auf mich zu, gerade. Komm, Hai. Ich habe schon einen von deinen Brüten mit der Faust geboxt. Jawohl, du Penner! Oh, ja, auch da ist er. Er ist ja tot. Hol die Perlen und lass den Hai in Ruhe. Ich hole mal seinen Zahn und meine Pfeile zurück. Oh, ja. Mein Kugeln. Da hinten kommt der nächste Hai. Ich habe 110 Fisch gesammelt. Neu. Wohl lieber die Perlen, bevor der Hai kommt. Ja, der ist schon da. Ich bin gar nicht. Ich habe ihn angeschafft. Ja, der kommt nicht zu mir hier, weil er es aufs Seichert wird. Der ist auf mich fixiert. Das sind wir Perlentauerei. Gernes Häuschen. Du hast recht, die Perlen vergessen. Ja, warte ich, Lothar noch. Gucken, was der hat. Trophäen kann man immer mitholen. Vielleicht will ich jetzt keins von dem, ich habe genug, ja. Auf der anderen Seite hast du die Perlen auch vergessen. Ich kann sie gerade nicht einsammeln. Ich muss erst mal... Ach, falschen Knopf gedrückt. Die Waffe weglegen zum Einsammeln. So, jetzt kann ich... Da rechts drüben, beim Felsen. Ah, ja, da hinten liegen sie drunter. Die sieht man ja hier im Wasser fast gar nicht. Die liegen nämlich hinter so einem kleinen Felsen. Ich hätte so einen Spitzhacke mitholen. Hier ist so viel Öl. Und... Hast du keine Spitzhacke mitgenommen? Nee, ich habe sie oben liegen gelassen. Neu. Ist noch irgendwo ein Hey, hier. Nee. Mal noch mal zu dir geschwungen, holen wir die Spitzhacke noch schnell. Wollen wir das auch noch mit? Wollte sie nicht verlieren, deswegen habe ich nichts mitgeholt, aber ich dachte nicht, dass wir so easy going hier. Das ist cool. Mal gut gemacht gerade. Ja, ich habe einen Delfin getötet, hallo. Ja, Verluste gibt es immer, Kollateralschaden. Nein. Weißt du, jetzt hole ich das Ganze wertvoller Zeug und dann werde ich abgemärzelt. Als Scharfschütze hier oben hilft dir schon. Steck mal hier gerade das Fischfleisch hier rein, das können wir später den Futtertruck machen, da brauche ich nichts mehr zu sammeln, vorm Offline gehen. Habe ich jetzt alles, ja. Juro-Sübschen. Weee. Du musst mal immer sagen, so ein bisschen, wo die ja die Dings sind. Wie was? Ja, die, die Sachen, die ich eigentlich sammeln soll. Werden die Öl-Dinger nicht. Was soll ich sehen, sind wir auch kaum im Wasser? Wir hier überall Felsen sind. Oh, ich sehe schon. Nee, das hier ist kein, ist gar kein Öl-Stein, scheiße. Wo waren der? Pass auf, der Wolf kommt wieder. Oh, nee. Los ab. Da ist der Öl-Stein. Da. Was hier? Nee, das nicht. Probier's. Öl, Öl, Öl. Öl. So, Öl? Ja, 750 Öl habe ich gerade geholt. Puh, dahinten ist auch noch einer, glaube ich. Vorsicht, da sind überall Wölfe, ne? Okay. Du rennst da rum wie ein Tourist. Ja, ich bin... ...lebensmüde. Hauptberuflich. Genau. Da hinten ist ein Hai. Ich sehe nicht. Irgendwas krölt mich an. Ist da ein Wolf hinter mir her? Da ist noch ein Hai. Schwimm hier weg. Komm ins Boot. Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin auf der Flucht. Hier ist ein Hai. Siehst du den Hai? Zwei Hai. Da sind zwei Hai. Die kommen aber nicht zu mir. Den sieht aus wie ein Tigerhai, oder so? Ja, ne? Habe ich auch gedacht. Der ist der geiles Muster. Der eine Hai ist gleich tot. Zwei Hai sehe ich nicht mehr. Ach, das ist nicht alles los. So los. Den zweiten Hai habe ich aus dem Augenfall. Das ist ein Boot. Der zweite Hai ist beim anderen. Jetzt bei dem Toten. Ich habe bald keinen Schuss mehr. Er ist tot. Sehr schön. Das hat geradeaus gesehen, als würde die Leiche die andere auffressen. Ja. Nochmal Zähne. Zähne. Sonst nichts besonderes. Betäubungsfeile, okay. Hier kannst du ein paar Hai töten. Betäubungsfeile farmen, um dann andere zu zähnen. Boah. 107 Fisch bei so einem Hai. Baue ich es ab mit der Axt. Wunderwassertour hier. Jetzt komme ich endlich ins Boot. So warte, jetzt kann ich aber noch einmal an diesen Öl-Dings da gehen, an den ich nicht rangekommen bin wegen den zwei Haien. Dann komme ich ins Boot. Hallo Delfine. Aber Perlen habe ich immer noch nicht so viele bekommen, das sind drei Mal habe ich so geholt. Drei Mal? Du hast drei Quellen abgebaut. Ja, ja, sag ich doch. Wie viele Perlen hast du? Warte, gucke ich gleich, wenn ich aus dem Wasser raus bin. Muss nämlich gerade mal kurz die Ausdauer auftanken. Wasser regeneriert man ja keine Ausdauer. Oh, hier auf dem Felsen schwimmen. Ja, jetzt lässt die Ausdauer nach, bevor ich auf dem Felsen bin. Seht ich gar nicht mehr. Delfin. Ich muss irgendwo, ja, ein bisschen an Land, sonst schlafe ich gleich im Wasser ein. Ausdauer nicht aufgepasst. Ja, nicht genug Ausdauer zum Springen. Arschgeige. Bau jetzt auf. Jawohl, meine Ausdauer kommt zurück. Weiß nicht mal, wo du bist. Ich stehe an so einem Felsen, da kannst du mich, glaube ich, nicht sehen, ne. Perlen habe ich 52. Komm jetzt zurück. Genug. Sonst glitzert hier nichts mehr, ne. Wir haben zwar vier gesehen. Aber wird frei gefunden. Ja. Auf dem Rückweg. Oh, da rennt ein Wolf Richtung Wasser. Ich bin jetzt unterm Boot gleich. Er hält an. Er ist nur säurant. So. Da bin ich. Guck, guck. Guck, guck. Scharfschützer. Sächsiger Putz erst dann. Ich hab ja super. Noch 14 Schuss habe ich. Ich habe aber im Schrank schon neue Muni, glaube ich, nochmal. Ja, okay. Ich wusste dich mal sehen. Das sieht so lustig aus. Ich habe sie sehen. Frisch geschoren. Wunderbar. Achso, ich muss hier. Nee, du. Ich meine Kapuza. So, Pfeilerarmbrust direkt hier wieder safe machen. Gottmültig Muni hole. Ja. Noch 19 Muni honig. Sieht gut aus. Hat sich gelohnt, also. Jetzt haben wir alles ein bisschen weiter auszubauen. in der Bass nochmal. Ja. Bis zum nächsten Mal.